Und da sind wir auch wieder mit einer neuen Episode von Wie gut wird. Heute sind wir wieder im Ausland bei einem 16-jährigen Talent aus der Jugend von Ajax am Stardam. Die Rede ist von David Kaloku, einem baldfüßigen Flügelspieler mit einer ordentlichen Größe, der je nachdem auch vorne im Sturmzentrum eingesetzt werden kann oder auch im offensiven Mittelfeld, also eigentlich alle wichtigen Positionen vorne besetzen kann. Im ersten Anschein nicht ganz so interessant, aber ein Spieler, der auf jeden Fall Potenzial haben wird, denke ich mal, mit 16 Jahren, hat auch einen hohen Marktwert, also er wird nicht für wenig Kohle zu kriegen sein. Und wie gesagt, er ist 16 Jahre alt, also da fängt es erst so langsam an. Er wurde gerade erst 16, darf man auch nicht vergessen, also erst am Ende der nächsten Saison wird er 17. Das heißt, da wird er vor allem im physischen Bereich sehr stark verbessern. Im allgemeinen kann man natürlich so junge Spieler sehr, sehr gut. Und dann auch seine eigenen individuellen Bedürfnisse trainieren. Aber die wichtigsten Fähigkeiten natürlich, vor allem, wie gesagt, die physischen Stärken, die Zielstrebigkeit ist in Ordnung, ein paar Spiele, Dribbling, der Abschluss. Aber alles muss natürlich noch stark steigen, um ein gewisses Niveau zu erreichen, was man vielleicht von einem großen Talent von Ajax am Stardam sich erhoffen kann. So, da sind wir auch schon 10 Jahre in der Zukunft, man muss aber direkt sagen, er ist erst 26 Jahre alt, weil er natürlich am Anfang 16 war, also auch hier noch genug Entwicklungspotenzial vorhanden. Sein Marktwert ist ein bisschen gesunken, aber ich finde vor allem physisch sieht man, um 2,88 Punkte ist im Schnitt besser geworden. Die Kraft um 4, die Beweglichkeit um 4, die Ausdauer, die Sprunghöhe. Und allgemein, wenn man nur die Konzentration wegnehmen, wo ein Punkt im Minus zu Buche steht. Alles im Technischen ist nicht unbedingt wichtig für seine Fähigkeiten, außer Elfmeter, je nachdem. Aber halt, das sind nur die Standardsituation und defensive Fähigkeiten. Ansonsten wurde er überall 1 bis 4 Punkte stärker, im technischen Bereich nicht ganz so stark, im mentalen auch noch ein bisschen. Und wie gesagt, er hat auf jeden Fall noch 2, 3, denke ich mal, Jahre, wo er noch hier und da ist, auf jeden Fall verbessern kann, in allen 3 Kategorien und in allen 3 Kategorien. Und ja, da sieht man auch daran, dass Elmarhin in der französischen 2. Liga sehr, sehr gut aufgetreten ist in den letzten Jahren. Also ein Spieler, dem man es auf jeden Fall holen kann. Aus dem Fils kein Weltklassespieler, aber je nachdem, wann man ihn holt, wird auch bestimmt sein Marktverfehl ist ein bisschen sinken. Und hier sieht man, Las Palmas hat den Ablöse frei bekommen. Saint-Étienne für nur 775.000 Euro, also auch guter Preis für das, was er zu leisten imstande ist. Und ja, von dem man auch sicherlich noch ein paar Jahre eine ordentliche Entwicklung sehen kann. Das war es mit David Caloco. Natürlich ist er auch Nationalspieler von Sierra Leone. Sein Marktwert ist auch stark gestiegen. Und ja, wir sehen uns natürlich wieder in alter Frische, wie immer. In 2 Tagen mit, welchen Spieler weiß er noch nicht. Da ist erst die ganzen Videos aufnehmen und danach mal so sortiert, dass es eine gute Mischung ist mit bekannteren Spielern, dann nicht mehr so bekannten Spielern. Ich hoffe, ich mache das bislang ganz gut. Und natürlich schreibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare eure Spielervorschläge, denn ich nehme jeden, mehr oder weniger. Habt noch einen schönen Tag. Bis dennne.